Hola! Das war gerade meine BFF und ich werde ihr gespannt, denn sie muss hier richtig beantworten. Die erste Frage ist, was ist mein Lieblingsgetränk? Also ich glaube, dein Lieblingsgetränk ist Kaffee schon. Also das war richtig. Und die nächste Frage ist, was ist mein Lieblingsessen? Also ich glaube, dein Lieblingsessen ist Eierkuchen. Das ist leider falsch. Also ich habe mein Lieblingsgeschen, ich habe mir schon mal mit der Lichtgefahrt, was ist mein Lieblingsgetränk? Also genau, wenn ich Lieblingsgetränk, das ist blau. Also blau, das ist richtig, aber es ist leider nicht. Was ist ein Lieblingsgetränk? Ciao, Caraca!